Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Morgen ist schon der 1. Dezember und ich habe noch nicht weihnachtlich dekoriert und den Adventskalender von den Kindern habe ich auch noch nicht befüllt. Aber das werde ich heute alles mit euch zusammen machen. Wie jedes Jahr gibt es wieder ein schönes weihnachtliches Video und ich werde euch später noch zeigen, was alles in den Adventskalender reinkommt. So, einmal hier hinstellen, dann ist die Ecke. So, das hier können wir ja schon mal auf den Tisch stellen. Da muss ich gar nichts mehr machen. Die Kerzen, die kann man ja auch noch benutzen. Deswegen habe ich nicht eingesehen, die wegzuschmeißen. Die sehen ja auch noch gut aus. Moment, ich muss mir das Gartuch holen. Ja, das riecht alles so nach Keller. Da darf ich. Oh, noch was. Das ist voll. Wah. Mama. Ich glaube. Nein. Verlina, das kostet das noch nicht. Ah, das wird after. Du willst eine Sache setzen. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe einen, auch einen Großer. Guck mal, wie groß. Hier! Hier! Super! Stimmt. Warte. Und jetzt... Und jetzt... Und dazu... Wir machen das... Ein Eis. Das ist ein Eis. Das sieht richtig schön aus, ne? Ja. So lassen wir das. Danke, dass du mir geholfen hast. Wir werden jetzt gemeinsam den Adventskalender für meinen Mann befüllen. Ich habe extra diese Tütchen gekauft zum Selbstbefüllen und zum Basteln. Da sind auch ein paar Aufkleber dabei. Und Liana hilft mir jetzt dabei. Ich habe hier Proteinpulver, Proteinriegel und ja, alles, was meinem Mann so gefällt. Das hier, das ist ein Booster. Der kommt dann in die 24 rein. Dann habe ich hier noch einen Kaffeebecher und ein Gel fürs Auto, womit man dann so die Zwischenräume sauber machen kann. Richtig cool. In die 1 kommt eine Handyhalterung fürs Auto. Die musste ich jetzt auspacken, weil der Karton zu groß war für die Verpackung. So. Genau. Und jetzt kannst du das jetzt draufkleben. Was ist das für eine Zahl? Eins. Eins. Sehr gut. Das hier kommt dann in die 6 rein. Das ist ein Parfüm von Rituals. Super. Und da kommt jetzt noch ein Aufkleber drauf. Die 9. Kann ich die 9 drauf machen? Klar. Super. Und jetzt kannst du da noch ein paar Sterne draufkleben. So. Die Kinder schlafen und mein Mann ist jetzt auch auf der Nachtschicht. Und ich habe jetzt eben mal die ganzen Tüten hier aufgestellt. Und jetzt werde ich den Adventskalender von den Kids befüllen. Und das ist der Inhalt für den Kalender. Ich habe das meiste bei Teddy und DM gekauft, aber ein paar Kleinigkeiten auch bei Amazon. wie zum Beispiel diese Kindertattoos mit Prinzessinnen, Feen, Einhörnern. Da werden sich die Kinder riesig freuen. Und dann habe ich noch diese Toni Figur gekauft, passend zu Weihnachten. Die werde ich dann in das 6. Türchen rein machen. Dann habe ich noch Frozen Haarspangen gekauft. Die Kinder sind momentan richtig im Frozen Fieber. Und ja, Knete, Lollis, Nagellack fand ich auch richtig süß. Und das hier haben sich die Kinder schon vor ein paar Wochen ausgesucht. Und ja, dann haben wir noch was von Playmobil. Also ich habe das meiste immer doppelt gekauft, damit es keinen Streit gibt. Pepper-Wurz-Kekse. Lippenstifte sind bei uns auch immer sehr beliebt. Ich glaube, das ist einfach so ein Mädels-Ding, oder? Und ja, sonst habe ich noch ein paar Snacks gekauft. Das hier sind, glaube ich, so eine Art Gummibärchen. Dann habe ich noch zwei Schaumbäder gekauft. Fand ich auch richtig süß. Und diese Meerjungfrau zum Baden. Und ja, das ist der Inhalt für den Adventskalender. Ich habe auch schon was in die 1 reingemacht. Und zwar diese Ohrenwärmer. Jana hat die sich schon die ganze Zeit gewünscht. Und ja, wie gesagt, ich kaufe immer alles zweimal, damit es keinen Streit gibt. Ich werde jetzt hier noch eine Lichterkette anbringen, damit das Ganze noch etwas weihnachtlicher aussieht. Ich werde jetzt hier noch ein paar Leistungen machen. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen öfters machen. Und also die Guten Morgen. Heute ist der 1. Dezember. Ihr dürft euer erstes Türchen öffnen. Guck mal, mein älter. Das ist die 1. Wow. Gefällt es euch? Ja, Papa zeigen. Ja, wir zeigen das gleich Papa. Warte, ich mache noch ein Foto von euch. So, schaut mal, Kinder. Das hier sind 24 Türchen. Da sind ganz viele Sachen für euch drin. Ein Barbie. Ah, nein, das ist keine Barbie. Mama, was ist da drin im Paket? Das ist mein Adventskalender. Ich habe einen von Papa bekommen. Mein Mann hat mich heute einfach auch mit einem Adventskalender überrascht und ich bin schon so gespannt, was da drin ist. Ich auch. Ja, okay. Wir machen es auf. Okay, das ist schon mal Brot. Das ist ein Adventskalender von Flaconi und ich finde die Verpackung schon richtig schön. Mal schauen, was drin ist. Super. Okay. Dann, wo ist die 1? Ja, die 1. Okay. Ich hole sie raus. Ja. Oh. Und, was ist es? Zeig mal. Ich muss mal in die Kamera halten. Hier rein. Uh. Wir haben hier einmal Ampullen von Barbour. Einmal Hydra Plus, Multivitamin und Life Express. Fängt ja schon mal sehr gut an. Ich bin gespannt, was morgen im zweiten Türchen drin ist. Und ja, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich hier abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020